Heyho zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Vorstellungsvideo. Ich habe mir gestern auf der Harry Potter Convention in Solingen, beziehungsweise auf dem MFC, dem mittelalterlichen Fantasy Convention Special zu Harry Potter, etwas gegönnt. Und das wollte ich euch gerne zeigen, denn das ist etwas ganz Besonderes, das mir auch sehr, 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 sehr gut gefällt. Und ja, hat natürlich, wie sollte es anders sein, mit Harry Potter zu tun. Und da ich das jetzt gerade eben erst ausgepackt habe, beziehungsweise das Plastik hier um die Hülle entfernt habe, würde ich euch das gerne zeigen. Und ja, da haben wir es. Das ist ein kleines, ich nenne es mal Briefset oder sowas ähnliches. Ich glaube, ich kann einmal ganz kurz hier auf der Rückseite zeigen, was genau da eigentlich drin sein sollte. Es ist leider englisch. Es war auch von einem englischen Shop, an einem englischen Stand ist es verkauft worden. Und es ist ein Deluxe Stationary Set. Das beinhaltet einen Briefbeschwerer, Briefpapier und Briefumschläge, ein Wachssiegel-Set und dazu nochmal ein Büchlein. Und genau das werde ich mir jetzt einmal anschauen. Ich finde die Box allein schon unfassbar toll. Das hier vorne, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber das ist so, das ist schon ein bisschen shiny. Das ist so Gold, was hier vorne so, ich sag mal, aufgedruckt ist. Und ich finde es einfach unfassbar schön, weil das einfach das Hogwarts-Wappen ist. Da steht noch Harry Potter drauf und hier sind natürlich die vier Tiere der Häuser. Das ist einfach unfassbar schön. Jetzt machen wir das Ganze einfach mal auf, denn es ist hier so... Und hier ist jetzt eine... Verdammt, kriege ich das hin mit einer Hand? Oh mein Gott, ich bin so gut. So, da haben wir es jetzt ausgepackt. Hier oben haben wir einmal... Fangen wir mal hier unten in der Ecke an. Das ist so ein Papp-Dingsbums hier, weil das alles eingedingsdick gepumst ist. Ihr wisst, was ich meine. Da haben wir einmal einen Briefbeschwerer in... Naja, was ist das? Dunkelviolett. Das sieht jetzt hier in der Kamera ein bisschen sehr hell aus. Das ist aber tatsächlich ein sehr dunkles Violett mit dem Hogwarts-Wappen obendrauf. Wer hätte es gedacht? Ziemlich schwer tatsächlich, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Es ist natürlich ein Briefbeschwerer. Haha. Hier haben wir dann den Siegelwachs, der dafür da ist, um Briefsiegel zu machen. Ich habe sowas tatsächlich noch niemals gemacht. Aber ich finde die Farbe tatsächlich sehr schön. Das ist halt so ein Gold. So ein typisches... Ja, Hogwarts-Siegel sind ja normalerweise eigentlich in Rot. Deswegen ist das vielleicht etwas unpassend. Aber man kann sich ja auch noch Wachs in Rot holen eventuell. Hier oben haben wir jetzt das Briefsiegel. Auch mit... Fokussiert der vielleicht auch irgendwie so ein bisschen hier vorne? Nope. Mit Hogwarts-Wappen drauf, das sehr, sehr, sehr filigran aussieht. Also es ist wirklich... Ja... Sehr klein. Ich bin nachher mal gespannt. Ich werde das auf jeden Fall auch einmal kurz testen und so gucken, wie es aussieht. Und ja. Da haben wir das auf jeden Fall. Hier haben wir das Büchlein. Das muss ich jetzt auch wieder versuchen mit einer Hand irgendwie zu... Ach, komm her. So. Dann werde ich das hier einmal öffnen. Das ist mit diesem Gummiband hier drum einmal befestigt. Es ist aus... Ähm... Ja, es ist kein... Es ist auf jeden Fall kein echtes Leder, glaube ich. Aber es sieht halt so... Es ist Leder-Optik. Das... Oh, Quatsch, Wappen ist vorne drauf. Aha, aha, aha. Auch wieder so ein bisschen shiny und gold. Und dann hier nochmal so eine Umrandung drum. Ist auf jeden Fall wunderschön gearbeitet. Hier hinten haben wir noch nichts. Außer Insights. Könnte in der Shop gewesen sein eventuell. Und dann schauen wir hier einmal rein. Alter, ist das geil. Oh mein Gott. Boah, das ist cool. Also es ist eigentlich ein Notizbuch. Ähm... Wie man hier sehen kann. Ich muss jetzt einmal hier wieder... Huh, ich tue das mal kurz wieder hier rein. Das ist eigentlich ein Notizbuch mit, ähm... Linierten Seiten. Aber hier vorne haben wir halt ein unfassbar schönes... Ähm... Bild von Hogwarts. Dabei. Aus dem verbotenen Wald heraus. Mit Lily und James. Nein, das sind natürlich nicht Lily und James, aber... Ähm... Ja, das wird einem so ein bisschen zu kreiert. Wenn man das hier... Ne? Property of... Me. Obviously. Oh. Oh, wie geil. Wie cool. Oh mein Gott. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry founded by Goddard Grifniger, Pafferina Regenblatt, is located und so weiter und so fort. Nochmal was zu Al-Samblador. Dann, Quidditchfeld. Erklärung. The Great Hall. Die große Halle. Erklärung. Forbidden Forest Erklärung. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, ist das cool. Ich find's unfassbar genial. Mir läuft gerade die nach... Oh Gott. Es tut mir leid. Ich hab eine leichte Erkältung, hab ich mitgenommen aus... Ich war jetzt drei Wochen in Indien. Ich hab mich leider ein bisschen erkühltet, weil die Klimaanlage im Flugzeug so unfassbar kalt war. Oh mein Gott, das war nicht mehr normal. So. Hier haben wir das leider nicht mehr. Nehmen wir noch einmal das Vorgurzwappen und hier haben wir ein Bild von Quidditchfeld. Auch ein bisschen düster gehalten, aber es sieht unfassbar geil aus. Und hier haben wir natürlich die obligatorische kleine Tasche, in die man dann auch mal irgendwie irgendwas reinfüllen kann. Ich bin ziemlich begeistert. Tatsächlich. Kleinen Moment. Ich musste mir mal kurz das Näschen schnäuzen und würde gerne einmal einen Schluck Tee trinken. Kleinen Moment. Okay. Es tut mir wirklich leid, ey. So. Weiter geht's mit... Using your seal wax... Sealing wax seal... Dingsi. Das ist eine Erklärung, natürlich auch auf Englisch, weil, wie gesagt, englischer Shop. Ist aber gar kein Thema. Ich habe in den letzten drei Wochen so viel Englisch gesprochen. Ich habe da jetzt Übungen drin. Da wird nochmal erklärt, wie das Siegel wax benutzt wird und was man dafür tun muss. Und ja. Wie gesagt, das werde ich mir dann gleich einmal anschauen, um das tatsächlich einmal zu testen. Dann haben wir hier einmal das wundervolle Briefpapier. Da sieht man auch, ich weiß nicht, durch die Kamera sieht man das sehr schlecht. Da ist tatsächlich nochmal das Hogwarts-Wappen hier irgendwo drauf in der Mitte. Ah, das ist jetzt... Ah, doch, ich glaube, so ein bisschen kann man es erkennen. Na, schwierig. Durch die Kamera halt ein bisschen schwer zu sehen. Aber da ist es auf jeden Fall mit drauf. Hier oben natürlich auch nochmal ganz klein. Und gucken eben, ob ich da... Ne. Das ist halt so Pergament-Optik. Es ist nicht wirklich Pergament, weil dafür ist es einfach zu dünn und zu leicht. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Was haben wir hier? So. Ach, Werbung. Falschrum, by the way. Gut, da haben wir nochmal anderen Stuff, den die so verkaufen. Die geht jetzt erstmal ganz beiseite, weil Werbung ist doof. Und hier haben wir dann die Briefumschläge-Wiederfall-Traum. Yay. So. Da ist nochmal so ein Dingsi drum, dass das hier nicht... Dass die nicht auseinanderdingsen. Ach, mein Gott. Meine Ausdrucksweise ist heute wieder sehr dekadent. Da ist eine Heule. Da ist eine kleine Heule. Hossi süß. Genau. Hogwarts-Wappen, wie immer. Und hier... Das finde ich allerdings ein bisschen schade, weil Hogwarts-Briefumschläge haben ja immer diese dreieckigen Verschlüsse hier sozusagen. Hier ist... Es sind natürlich keine Hogwarts-Briefumschläge. Das muss man natürlich dazu sagen. Die sehen ja auch komplett anders aus. Aber man kann sie tatsächlich benutzen, um Briefe zu verschicken. Das finde ich ziemlich cool. Und wie gesagt, ich werde dann jetzt gleich einmal versuchen, das Siegelwachs anzuwenden. Auf jeden Fall ist diese Box unfassbar cool. Und sie war tatsächlich auch relativ günstig mit 35 Euro. Normalerweise... Ich wollte schon immer so ein Wachssiegel-Set haben. Besonders von Slytherin. Das hier ist jetzt die Hogwarts-Edition. Dieses... Also diese Box ist jetzt die Hogwarts-Edition hier. Es gibt die auch noch in den vier Häusern. Und es gab eine Heiligstümer des Todes-Edition. Da ist dann natürlich... Das... Der Briefbeschwerer hat dann natürlich die... Das Zeichen der Heiligstümer. Das Siegel hat das Zeichen der Heiligstümer. Und auf dem Buch ist natürlich auch nochmal das Zeichen drauf. Das sind so diese verschiedenen Editionen, die es davon gibt. Das... Gab es jetzt tatsächlich in dem Shop nur noch von Gryffindor und von... Halt Hogwarts. Slytherin hatten sie leider nicht mehr da. Sonst hätte ich natürlich die Slytherin-Edition genommen. Und die Hogwarts-Edition fand ich aber auch unfassbar schön. Und die kann man natürlich auch an jeden verschicken. Das ist das Schöne. Es ist vollkommen egal, in welchen Häusern eure Freunde sind. Ihr könnt das einfach an jeden verschicken. Und das finde ich halt so toll. Und da ich demnächst noch auf Geburtstage eingeladen bin, bietet sich das natürlich an. So, und dann werde ich jetzt mal ein bisschen was vorbereiten und werde versuchen, das Wachssiegel einmal einzusetzen. Bis gleich. So, herzlich willkommen zu meinem kleinen Wachssiegel-Special-Dingsbums. Und ich möchte gerne hier einmal euch kurz zeigen, was wir hier denn alles brauchen. In erster Linie eine feuerfeste Unterlage. Beziehungsweise eine Unterlage, bei der ihr euch sicher seid, dass ihr da, wenn ihr mit Feuer hantiert, nicht viel falsch machen könnt. Das hier ist in diesem Fall ein Holztisch. Aber definitiv einer, der nicht direkt in Flammen aufgeht, wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen was daneben tropfe oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls sucht euch auf jeden Fall eine feuerfeste Unterlage und macht das vielleicht nicht unbedingt auf eurem Bett oder so. Keine Ahnung. Denn, ähm, Bettbezüge gehen schneller in Flammen auf, als einem das gerne lieb sein könnte. Ein kurzer Hint an alle jüngeren Zuschauer, falls ich denn welche habe. Ich bin mir da ja nicht hundertprozentig sicher. Aber, ähm, falls ihr noch etwas jünger seid, beziehungsweise minderjährig, versucht das vielleicht nicht unbedingt zu Hause. Also, ähm, nicht unbedingt nachmachen, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, dass ihr das könnt und dass ihr damit umgehen könnt. So, versteht ihr? Ich hoffe. Mhm, mein Akku ist fast leer. Wundervoll. Ähm, egal. Was wir jetzt hier brauchen, ist einmal natürlich das Siegelwachs und das Briefsiegel. Natürlich. Andernfalls, ähm, bleibt wo du bist. Können wir das natürlich nicht. Ähm, dann natürlich etwas, um das Wachs zum Schmelzen zu bringen. Das, was wir versiegeln möchten. Also hier in diesem Fall unseren Briefumschlag mit unserer Nachricht darunter. Ich hab mir da ein bisschen was, ähm, ich hab mir da ein bisschen was, ähm, überlegt und hab da was aufgeschrieben. Und was empfohlen wird? Ein feuchtes, ähm, ein feuchtes, ähm, Stück Küchenpapier oder Stoff, das auf jeden Fall sinnvoll, ähm, ist, um das Siegel vorher so ein bisschen abzukühlen, bevor man das dann in das Wachs drückt. Das ist so das, ähm, was uns hier empfohlen wird, was wir brauchen. Das kann ich jetzt mal kurz zur Seite legen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, denn das ist ja auf Englisch. Und ich hab mir genau durchgelesen, was ich tun muss. Ich habe mir jetzt hier eine kleine Nachricht zusammen geschustert. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme an der Hogwarts-Schule Felix Rhein-Zauberer. Ich glaube, Hogwarts-Schule wird eigentlich auseinandergeschrieben, aber ist nicht schlimm. Ähm, besser spät als nie. Greets Rush Dumbledore. Ähm, Trademark in diesem Fall an Coldmirror, eine unglaublich geniale YouTuberin, ähm, von der ich das in diesem Fall geklaut habe. Ich habe keinerlei Rechte an diesem Namen. Der gehört nämlich ihr, mehr oder weniger, dass ich von ihr erfunden wurde. Und dementsprechend, ähm, ja, werde ich das hier jetzt einmal versuchen mit einer Hand zu knicken, weil ich, ähm, absoluter Pro in solchen Sachen bin. Oh mein Gott. Äh, ich muss halt mit der zweiten Hand die Kamera halten. Das ist ein bisschen tricky. Oh, jetzt wird es erst recht tricky, indem ich das nämlich hier rein dingsen muss. Wartet ganz kurz, ich muss, ähm, Brief ist drin. Mal gucken, an wen ich das jetzt verschicke. Man kann hier, da ist so ein Kleberand dran. Das heißt, man kann, ähm, ich habe jetzt leider, das ist ein, ich habe relativ schlechte Lichtverhältnisse. Ich bin halt, ähm, nur so eine, so eine kleinere YouTuberin. Ich habe nicht wie meine ganzen YouTuber-Kollegen hier so, ähm, eine Softbox oder so ein Ringlicht oder sowas. Ich habe halt einfach ganz casual noch, ähm, Tageslicht. Und, äh, eventuell mal eine Lampe, aber die kommt leider nicht mehr hier an. Was soll's. Jedenfalls, ähm, kann ich das hier tatsächlich mit diesem Kleberand noch, ähm, verschließen. So, Jungs und Mädels. Jetzt habe ich mir hier mal meine Konstruktion gebaut. Das sieht ein bisschen seltsam aus, so von der Seite. Aber, ähm, ich habe es irgendwie gerade nicht anders regeln können. Ich kann es ja auch mal so versuchen, hier so, da, zack. Dann, äh, könnt ihr das tatsächlich von vorne mehr oder weniger sehen. Ich, äh, arbeite jetzt hier so von der Seite damit rein. Dann, ähm, passt das, würde ich sagen. Und, ähm, ich versuche jetzt mal, das mit dem Licht ist ein bisschen doof. Moment, wir versuchen das andersrum. Wir versuchen das so rum. Und ihr fallt jetzt bestimmt einmal hier runter, mindestens. Von meiner extrem special Konstruktion hier. Nein, tatsächlich nicht. Oh, ich bin voll begeistert. Mein Gott, das klappt ja. Holy shit. So, ähm, jetzt probieren wir einmal. Und zwar, das Siegelwachs mit unserem, haha, heiß Feuerzeug hier. Möglichst nicht zu nah an, ähm, das Papier halten. So ein paar Inches davon entfernen, tatsächlich. Ähm, probieren wir jetzt hier das zu schmelzen. Was wahrscheinlich ein bisschen dauern kann. Äh, es wurde gesagt, auf diesem, ähm, auf diesem Papierchen, wo das erklärt wurde, wurde gesagt, dass das Wachs eventuell Feuer fangen kann, wenn man das zu nah da dran hält. Ich weiß nicht, ich bin gerade sehr nah an der Kamera mit dem Mund. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Man sollte es auch so ein bisschen drehen. Oh, ja, es dampft, es dampft. Oh, 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 oh. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig hier. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Oh mein Gott. Haha. Ah, ich bin voll aufgeregt. Ah, aber es klappt. Guckt mal, es tropft was runter. Ich bin voll begeistert. Es klappt. Es klappt. Da kommt es, da kommt es. Jetzt habe ich, glaube ich, den Dreh raus. Ich weiß jetzt zumindest, wie ich es halten muss, damit, äh, es tropft. Ich muss halt, oh. Ja, wie gesagt, macht das nicht zu Hause nach. Es ist, äh, ziemlich gefährlich. Und ich habe gerade ein bisschen Schiss um meine Wohnung. Mein Vermieter wird mich, glaube ich, töten, wenn er dieses Video sieht. Oh, jetzt ist es ausgegangen. So, take die dritte. Ich habe mittlerweile schon den zweiten Versuch gestartet. Und irgendwie will es heute alles nicht so richtig funktionieren. Ähm, ich, das ist, ist nicht so meine, meine Technik hier. Ähm, ich versuche es jetzt ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe es jetzt einmal mit einem Feuerzeug versucht. Allerdings einem ziemlich kleinen, mit einer etwas sehr mickrigen Flamme. Das hat nicht funktioniert und ich habe mir deutlich die Finger verbrannt. Das war nicht so schön. Ich probiere es jetzt mit einem anderen, der eine etwas schönere Flamme hat. Und hoffe, dass ich damit ein bisschen besser zurechtkommen werde, ohne mir nochmal die Finger zu verbrennen. Und hoffe vor allem, dass das hier auf der Kamera so halbwegs gut zu sehen ist. So, jetzt werde ich mir hier schon mal mein Siegelchen schnappen. Werde das schon mal hier auf das kühle Tuch tun. Denn das ist tatsächlich das, was mir empfohlen wurde. Ich sollte das Siegel auf diesem kühlen, feuchten Tuch, ähm, etwas, ja, abkühlen sozusagen. Damit das Ganze dann gleich in dem Wachs auch wunderbar schnell, ähm, das Wachs abkühlt. Und damit das richtig schön zu sehen ist dann das Siegel. Und damit probiere ich das Ganze jetzt dann halt nochmal, Halleluja, in der Hoffnung, dass es jetzt endlich funktioniert. So, dann probiere ich doch mal, das hier so ein bisschen zu positionieren, dass es auch wirklich funktioniert. Und natürlich sollte man den Wachs immer mal so ein bisschen, ähm, drehen, damit der auch so schön gleichmäßig schmilzt. Der wird jetzt ein bisschen, ähm, der raucht so ein bisschen, das ist aber gar nicht so schlimm. Mir wurde auch gesagt, dass das tatsächlich sein kann, dass der so ein bisschen Feuer fängt. Das, äh, ist aber gar nicht schlimm. Dafür habe ich ja halt tatsächlich dieses, äh, feuchte Tuch auch hier. Damit ich dem dann da nochmal etwas entgegenwirken kann. Hui! Mhm. 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 Das funktioniert schon mal auf jeden Fall besser als gerade eben. Das ist schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen. So. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch gleich. Nein. Los. Weiter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Das Feuerzeug macht gerade etwas seltsame Geräusche. Das macht mich etwas nervös. Aber es läuft tatsächlich. Und das definitiv besser als gerade eben. So, jetzt werde ich hier mal, das sieht schon mal sehr gut aus, und jetzt werde ich hier mein, ähm, Siegel schnappen und das hier einfach einmal gekonnt draufdrücken. Es hat tatsächlich funktioniert. Oh mein Gott. Man soll das jetzt tatsächlich so sieben bis zehn Sekunden noch da drauf stehen lassen. Und dann das Ganze hier ablösen. Ich habe jetzt nicht geguckt, in welche Ausrichtung das ist. Ich habe jetzt halt nicht darauf geachtet, dass das Hogwarts-Zeichen dann halt auch wirklich gerade ist. Was man vielleicht hätte tun sollen. Aber ich war jetzt so ein bisschen dezent panisch und habe gedacht, oh mein Gott, das muss jetzt sofort da drauf, weil sonst ist der Wachs wieder hart geworden. Das Problem hatte ich ja beim ersten Versuch. Beim zweiten Versuch war die Flamme zu mickrig. Und jetzt beim dritten hat es hoffentlich funktioniert. Aha. Oh, es war sogar fast gerade. Ja, es sieht tatsächlich sehr gut aus. Das Problem, was ich jetzt nur habe, ist, dass meine Kamera nicht richtig fokussiert. Aber wie ihr sehen könnt, es ist tatsächlich das Hogwarts-Wappen. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Ich bin voll begeistert. Und es ist tatsächlich auch so geraten, dass es den Brief versiegelt hat. Es hätte tatsächlich etwas mehr sein können, sodass es hier oben vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wachs hätte. Und das ist ein sehr kleines Siegel, aber ich bin auch mit der Technik halt noch nicht so vertraut. Ich muss zugeben, ich muss da vielleicht noch mal ein bisschen üben. Aber ich bin begeistert. Es hat tatsächlich funktioniert. Es freut mich. Es freut mich sehr. Es ist ein kleines Siegelchen. Oh mein Gott. Oh, siehst du, siehst. Aber es ist halt auch nicht der beste Siegelwachs wahrscheinlich. Es war halt wirklich ein relativ günstiges Paket. Und ich muss ja zugeben, ich würde mir sehr gerne auch noch den Slytherin-Siegelwachs holen. Mit dem Slytherin-Siegel. So, und diesen Brief, den kann ich jetzt aber tatsächlich, ich mache hier mal keine Schleichwerbung für Bücher nebenbei. Ich habe das hier auf meine Bücher gelegt, damit ich hier so ein bisschen, äh, damit das hier so ein bisschen funktioniert. So, und jetzt muss ich diesen Brief natürlich auch noch ausliefern lassen. Und das macht tatsächlich mein Speedy. Speedy ist, äh, meine Post-Eule. Ähm, ist nicht so ganz standfest. Aber, ähm, er, er trägt immer meine Post aus. Der Kleine hier. Ähm, ist sehr zuverlässig, muss ich sagen. Ähm, und er hat aber noch einen kleinen Bruder. Das ist der hier. Der ist allerdings etwas gehandicapt, weil keine Flügel und keine Füße. Und deswegen ist das mit dem Post-Austragen ein bisschen schwierig. Der bleibt halt hier zu Hause und chillt und Speedy trägt dafür die Post aus. Und der wird jetzt meinen Brief nach Hogwarts bringen. Beziehungsweise meine Antwort von, äh, zu dem Hogwarts-Brief, den ich ja von Fresh Dumpso bekommen habe, wird er jetzt dann, ähm, da hinbringen. So, mach du mal. Äh, er bleibt nicht stehen. Er ist müde, er muss sich erst noch ausruhen und danach schicke ich ihn los. Oh mein Gott, er fällt um. Ja, dann würde ich sagen, ähm, war's das erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, ähm, wie ich hier gefailt habe ohne Ende. Aber ich mag diese Box tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Ich kann ja nochmal kurz rübergehen. Moment. Ah, so. Da bin ich wieder hier bei meiner wundervollen Box. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Mir auf jeden Fall gefällt diese Box wahnsinnig gut. Und, ähm, ich bin auch am überlegen, was ich mit dem Büchlein mache. Dadurch, dass es das Hogwarts-Wappen trägt, kann ich es natürlich nicht zum College of Visiting mitnehmen. Leider. Aber ich, ähm, werde damit bestimmt irgendwas anderes Tolles anfangen können. Zumal es einfach ein unfassbar schönes Notizbuch ist. Weil es auch einfach hier diese wundervollen Bilder drin hat. Oh mein Gott, ich liebe diese Bilder. Sie sind so wundervoll. Oh, es ist so geil. Ja, dann, ähm, freut es mich, dass ihr dabei wart. Schaut euch auch gern beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, es ist ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile wieder her gewesen, dass ich Videos gemacht habe. Das hier ist so ein kleiner Lückenfüller gewesen. Es kommt auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Aber ich habe ja tatsächlich auch vor, wieder aufs Land zu ziehen. Ich rede jetzt einfach mal so ein bisschen, ähm, random Shit hier. Weil während dieses Siegel wachsen, zertropft. Oh, das ist nicht geplant gewesen. Jetzt bleibt doch mal anduck, dummes Ding. So, jetzt tropfe los. Tropf, du Bitch. Entschuldigung. Ich bin sowas von mir selber gar nicht gewohnt. So, jetzt muss ich natürlich hier so ein bisschen auch an den Rand gehen, damit, äh, nein, nicht wieder ausgeht. Nicht wieder. Du dummes Ding. Ich brauche ein neues. Aua, heiß. extravatorien dann am Iberladı Nativels. Undw Gotcha, macho schif. Und das gibt es einfach letztlich. Und das ist ein w Guerra. Vielen Dank.